Ich lieb mich auch, Schatz. Alles gut. 24, Lisa, wieder 100 Cheers. Oh mein Gott, Lisa, bitte. Alter, Lisa ist wirklich am Abgehen heute. Vielen, vielen Dank. Wie macht die Kuh? Mu, hast du das gesehen? Ja, das hast du mir gezeigt. Wie kann man sagen, wie macht die Kuh? Die normalen Leute sagen Milch. Was trinkt die Kuh? Milch. Er sagt, ich frage ihn, was trinkt die Kuh? Er sagt, Mu. Das ist eine brutale Verbindung hier. Wirklich brutal. Wirklich brutal, also alles gut. Irgendwie spinnt das. Wieder da, Wuhu. Guck mal, hier, hier, was heißt das? Oh mein Gott. Dieses Zeichen, was heißt das? Das sind Emojis. Aber guck mal da drüber, 24, Lisa. Wo, wo, wo. Oh mein Gott, 24, Lisa, was geht bei dir ab? Lisa. Hängt nicht mehr, perfekt. 4.000. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's wieder. Ach du Scheiße. Okay, Lisa, guck mal, für dich schieße ich ein Tor, okay? Okay, was bedeutet das ganz kurz? Hier, first, um die Schwingen, nebendran. First sind bei dir die ersten 20 Subscriber, also die Dinger, die Abonnenten. Okay, also Singers Gucci war einer der ersten 20 Subscriber. Einer der ersten 20. Amazing Mike haut raus, 100 Bits. Oha, Amazing Mike, vielen Dank. Und was war dieses Zeichen nebendran? Welches ist das hier? Ja. Das ist halt dieses GEMO, also das nennt man Bits. Lisa, Sänger. Ja, 140 Leute, siehst du? Wir sind nicht alleine auf der Wahlverlust. Wie viel haben wir jetzt gerade? Ah, okay, 0 Uhr stimmt, ja, 0 Uhr 3. Das geht, ne. Das ist gerade noch so. Was ist jetzt mich voll abfuckt, dass es jetzt immer so spät dunkel, äh, so früh dunkel wird? Oh ja, ich hasse das am Wintertrip. Das ist so schlimm. Das ist halt wieder so voll diese ungewogenen, ne? Ich spiele Simster, kann man Babyswamen. Jeden Tag, wenn man einfach jeden Tag spielt. Warum lügst du? Wenn man jeden Tag FIFA spielt. Ich spiele nicht jeden Tag. Du spielst jeden Tag, Mann. Ich spielst jeden Tag. Okay, wir können das Mikro wieder zurückstellen. Das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alle stimmen. Das war hier nicht... Das ist mir leid, Bruder. Manchmal muss es sein. Das ist das Bild da. Ich lasse es extra so weit. Okay. Stream nebenbei laufen. Mike, genau. Guck mal, Mike, du musst öfter reinschreiben. Du bist hier Moderator. Guck mal, MKE, GRN, hängt nicht. Perfekt. Ehrenmann. Okay, Leute, wir spielen jetzt eine Runde. Und let's go. Ich muss mal ganz kurz hier jedem zeigen, wer der bessere FIFA-Spieler ist. Ne? Checken wir mal ab. Aber. Oh mein Gott, 24 Lisa, was geht bei dir? Stopp. Lisa. Hängt nicht mehr. Perfekt. 4.000. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's wieder. Ach du Scheiße. Okay, Lisa, guck mal, für dich schieße ich ein Tor, okay? Nur für dich. Oh. Es hängt wieder. Ich kotze. Das kann doch nicht sein, Mann. Warum hängt's? Weißt du, was ich glaube ich mache? Mach das nicht, Bruder. Sicher. Was machst du? Restart? Nein, Tür auf. Bruder, hier ist doch Dingsverbindung. Ja. Ich grüße die Freundin von Singers Gucci, Lara. Okay, weiter geht's. Dem ihr bei. Okay, okay, okay. Abstoß, Ball war draußen. Was? Abstoß? Das ist heck. Das ist cheat. Okay, warte, wir gucken mal in den Kommentaren durch. Dennis macht Mike so fertig. Das stimmt einfach gar nicht. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach gelogen. Es ist voll gleich. Kann man nicht angucken, wie viel Prozent? Okay, Leute. Jetzt gucken wir mal. Deja, weh, 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 weh. Ja, aber stimmt. 24, Lisa, schon wieder 100 Cheers, 100 Bits. Ja, kannst du beides sagen. Aber trotzdem jetzt mal Real Talk. Vielen Dank. You know Zeiten. Ja, verrückt, ey. Aber das gab's damals. Also das gibt's, glaube ich, bis heute immer noch nicht, ne? Was? Nee, das gab's damals zu unserer Zeit nicht. You know? Also diese Gästfunktion. Dass man Freundin zu finden kann. Ging das nicht? Das ging's bei uns damals nicht. Ich weiß noch, wie wir uns...